Moin Leute, willkommen beim vierten und letzten Teil der Head Games in Meisen. Wir schließen direkt an den dritten Teil an, diesen findet ihr oben rechts noch einmal. Die Teile von Team Rot hier wollen gerade die Kiste aus den Händen von Team Blau befreien. Wir befinden uns aktuell in Gebäude 6. Los geht's. Wenn ich aufgegangen bin, dann bin ich einfach scheiße. Das war eine Tekin FBG6 Flashbang. 130 Dezibel laut und an diesem Spieltag definitiv nicht erlaubt. Ach und vergesst das kostenlose Abo nicht. Support ist kein Mord. Was macht ihr jetzt hier? Ihr seid raus oder was? Ihr seid alle recht krassig. Da oben ist das ganz gut. Und? Und? Ja. Wie bitte? Ja, jetzt. Max! Max! Kss 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 Was los? Hochkommen, hochkommen, hochkommen. Bitte hoch. Achtung. Da. Da ist noch einer. Also mindestens einer. Hat jemand eine Granate? Lass mich das machen. Lass mich das machen. Ich bin... Wir werden uns wiederbeleben, oder? Nein. Morgen. Doch, wir dürfen das. Ein Zeichen. Nicht genau an der Tür. Da ist der. Ja. Ja. Hat keiner den? Nein. Mit's los. Erstmal. Wohin? Ja. Wohin? Wohin? Nein. Ich meine, die erste Tür. Wohin? Und? Ja, da waren wir nicht. So, jetzt gehen wir alle. Ja. Ja. Ja, da waren wir nicht. Ich dachte, die bleibt länger. Ja. Hast du den Arm? Nein. Ja. 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 Ey, ey, ey. Hab ich dich nicht getroffen? Ja. Gut, dann hit. Ja. 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 Ja, wir kommen hier weiter rein. Wir haben das jetzt hier abgebrochen mit dem Schlüssel. Und die wollen wir jetzt weiter verlaufen. Wir müssen jetzt alle zum Hauptkul gehen. Da Gelb sich hier halb eingemauert hat, musste mit dem Hauptspieler der Rücksprache gehalten werden. Wir haben jetzt erstmal einen Schlüssel, weil hier kommt jetzt wirklich komplett Lauf. Gibt mal einen Schlüssel, wir haben Lauf. Ja, wir haben einen Schlüssel. Geht mal noch. Wo ist jetzt die Kiste? Äh, Reng? Hallo! Willst du freiwillig gehen? Tschüss! Ja, also wenn du jetzt nicht HIT bist, dann schiebe ich dich auf. Ich geh einfach in den Spawn. Geh mal wieder zurück. Geh mal lieber. Au! Ich bin HIT. Ich auch. Ja, ich bin HIT. Geh mal in den Spawn. Na dann. Na komm, lass gehen. Ja, ja, deswegen rennen wir ja gerade hier hoch. Ja, das geht Dings, wir schießen einfach mal. Die haben auch die Kiste, glaube ich, nicht dabei. Ist der Sniper hier oben ab. Er sieht so aus. Komm, Maik. Was zum Fick ist das? Die kommt leer. Ja. Meine auch. Letztes Maik. Ja. Ja. Ich bin ein Stück rechts von dir. Ich bin ein Stück rechts von dir, aber ich bin ein Stück rechts von dir. Ja, ja. Das ist uns bewusst. Achtung, komm, gleich weiter, Maik. Bereit machen. Wir müssen aufpassen, die haben dort hinten den Spawner. Jo. Wenn wir uns sind, ob wir jetzt. Wir gucken gleich auf, wir sind in den Spawnwagen. Ja. Das ist genau der Kacke. Geht! Das Rüben kommt rot. Warte mal, steht dort hinten ein? Dahinter, wie der läuft jetzt, das wieder läuft. Ja, ja. Da sitzt dahinter. Sehr gut. Wenn wir uns ein Stück zurückziehen, dass wir nicht ganz am Sporn hängen. Das heißt, wir dürfen in das Haus rein, wenn die hier durchkommen. Ja, ja. Rot, 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 rot. Rot, danke, nein. Das ist noch das. Ich bin nicht schon. Wo warst denn du jetzt? Wo warst denn du jetzt? Ich bin hinten rum. Ich bin hinten rum und habe es dir noch geflogen. Da hat er auch gut geflogen. Ja, was soll ich da hinten gelassen? Echt? Ja, das geht links vorbei. So, geil. Die Kiste ist weg. Die Kiste ist weg. Die Kiste, ist die noch hier? Wo doch wohl gleich gelegen haben. Also die Kiste war hier, ist es nicht mehr hier? Genau. Wird zum Schluss gebracht worden sein. Dann, jetzt aber zum Schluss. Okay. Na, ist unser Team oder Team Blau? Was? Hat unser Team die Kiste oder Team Blau? Ja. Jetzt wird gleich eine große Meute hier ankommen. Ja. Vom Spurn. Was? Naja, indirekt. Ja, machen sie nicht jetzt Kiste umfischen? Das wissen wir nicht. Jetzt denken sie müssen wir uns nicht gefolgt. Und müssen die ja auch lange herkommen. Naja, aber wenn sie es haben, haben sie ja schon gewonnen. Aber jetzt kamen gerade 5 Blaue von hinten hier gelaufen. Die wurden rausgenommen. Mhm. Das heißt, irgendwo haben die die wahrscheinlich fallen lassen. Ja, die Frage ist, wo ist die scheiß Kiste? Und ist Team Gelb schon komplett raus? Die kennen wir hier. Wo war der Schlüssel hier? Direkt im Gebäude? Ja. Das weiß ich schon nicht. Achso. Okay. Ich würde sagen, wir suchen mal einen Tom. Tom von Patrick kommen. Tom hört, was ist los? Achtung. Rot. Ja, Mike lieber hier rum. Ja, lieber hören. Tom kommen. Ja, Tom hört, was ist los? Deine Position? Haus 7 müsste das sein, wo die gelben Firmen drin waren. Hier ist alles leer. Okay, ist ja verstanden. Wir sind jetzt gleich am blauen Container. Wollen wir uns mal am blauen Container treffen? Ja, machen wir schon. Okay, Ende. Nicht sein Ernst. Ja! 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 Spiele Ende! Spiele Ende! Spiele Ende! vur sinne後 kadar! Aufgrund der aktuellen Situation, dass wir kein Material aufnehmen können, kommt nur nach allen zwei Wochen ein Video. Danke fürs Zusehen und auf ein neues und besseres Jahr 2021.